Kinderrechte sind Menschenrechte. Also Kinder müssen nicht erst sozusagen erwachsen werden, um Rechte zu bekommen. Allerdings mit dem Unterschied, dass Kinder natürlich einen besonderen Schutz brauchen. Also wir müssen uns schon dem anpassen, was die Bedürfnisse von Kindern ausmacht. Ich sage jetzt, als Juristin einerseits und als Mama von zwei Kindern im Alter von sechs und neun Jahren andererseits sind mir die ganzen Alltagsprobleme wie auch Problematiken sehr wohl aus eigener Erfahrung bewusst. Und mir ist es einfach wichtig, Kinder können in diesem Alter sich noch nicht oder nicht in diesem Ausmaß vertreten, wie sie es eigentlich brauchen oder wie es brauchen würde. Und daher bin ich da, um ihnen eine Stimme zu geben und um ihnen sozusagen auch zu helfen, ihre Rechte besser durchgesetzt und umgesetzt zu bekommen. Genau dafür gibt es die Kinderrechte, dass es Kindern gut geht. Weil Kinder brauchen eine Familie, Kinder brauchen eine Bildung, damit sie ihnen gut geht. Kinder müssen ihre Meinung sagen können, Kinder müssen spielen können. Das ist auch ein ganz wichtiges Kinderrecht. Weil wenn die den ganzen Tag nur lernen oder arbeiten müssten, dann würden die keinen Spaß mehr im Leben haben. Für mich ist das Wichtigste auch Freizeit und auch, dass man eine Familie hat, weil man muss ja auch für wen, der was für die Kinder sorgt haben. Ich finde es einfach wichtig, dass man auch Pflege hat, dass man nicht immer alleine sein muss. Und ich finde es auch gut, dass es das Kinderrecht gibt auf Fürsorge und dass man nicht geschlagen wird. Da wohnt ein Junge und er wird immer von seiner Mutter geschlagen. Das hört man nicht. Und so. Er schaut auch mal aus und ich habe gesehen, dass sich die Mutter ändern sollte. Und so. Und vielleicht tun wir es. Für mich ist es wichtig, dass wir Kinder auch unsere Meinung sagen dürfen. Ob man will mit in den Urlaub oder da können oder wohin. Ja und das ist für mich halt schon auch wichtig, dass ich meine Meinung dazu sagen darf. Was auch wunderschön ist, in der täglichen Arbeit zu sehen ist, dass sich ganz viele Professionistinnen und Professionisten sich für die Wahrung von Kinderrechten in ihrer Praxis, im Alltag einsetzen. Von der Sozialarbeiterin angefangen bis zur Kindergartenpädagogin. Alle wissen mittlerweile, dass es die Kinderrechte gibt und sie versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen auch in den Alltag reinzubringen, zu leben. Es geht darum, dass ihr euer eigenes Gesetz macht. Acht. 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 Freiraum und auch Schutz, sozusagen diese beiden Komponenten, die ja die Kinderrechte bieten, die sind ganz wesentlich, dass Kinder das auch verstehen und mitbekommen. Und das versuchen wir auch in einer für sie geeigneten Weise zu transportieren. Wenn sie sich dann geöffnet haben, ist es zwei. Sechste. 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 Ab 17. Genau, ja. Ab wann wird ihr die Kinderrechte erlauben? Gar nicht. Das ist ja voll Größte. Schreib hin. Gar nicht. Schreib ein x hin. Schreib ein x hin. Ja, schon am Ende. Wenn man Kindern Respekt und Wertschätzung entgegenbringt und ihnen sozusagen zeigt, dass sie Rechte haben, nur so können sie ja lernen, die Rechte anderer zu achten und auch Respekt vor anderen zu haben. Das ist eigentlich das, was mich immer wieder motiviert hat an dem Thema dran, um weiterzuarbeiten und ich muss dazu sagen, es hat sich natürlich viel getan, aber es gibt immer noch genug Graubereiche, wo einfach ganz vieles noch auf der Erwachsenenebene ausschließlich entschieden wird. Es ist halt wichtig, dass man Bescheid weiß. Wenn man gemobbt wird oder so in der Schule oder mit Lehrern Probleme hat oder so. Oder wenn man mit der Familie Probleme hat und dann weiß man einfach nicht, was man tun soll. Und dann kann man dort anrufen. Ja, und die geben den Kindern vielleicht auch andere Tipps als die Eltern oder so. Wenn zum Beispiel jetzt die Kinder mit den Eltern über ihr Problem reden, dann machen sich die Eltern sich ja sofort ganz große Sorgen und so. Und die dort bei der Anwaltschaft, die bleiben halt ruhig und so. Ja, die haben da vielleicht auch schon mehr Erfahrung als die Eltern. Ja. Und ich würde es nutzen, weil man halt anonym ist und auch gerechte Tipps kriegt und weil die sich auskennen und weil die schon Erfahrung haben und so. Und weil es ja auch kostenlos ist, ist es auch gut für die Leute, die nicht so viel Geld haben. Und wenn man das nicht sich traut, dann ist es ja anonym. Also ist auch gut. Das heißt, man muss nicht sagen, wo das Zuhause ist, wie man heißt. Nur wenn es dann ein ärgeres Problem gibt, dann wird es wahrscheinlich, dann wird Hilfe gerufen, weil man braucht einfach Hilfe. Und dann ist eben die Kinder- und Jugendherrnwaltschaft da. Und dann ist eben die Kinder- und Jugendherrnwaltschaft da.